Hier ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanal-Info. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid. Denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben. Natürlich auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und und und. Und auf Twitch natürlich, stream ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ich euch dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasse. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da. Und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir eine 50-Level-Fun-Run-Map. Es soll wieder gratis XP für den Season Pass geben. Wir werden uns anschauen, wie hoch die XP sind, ob es sich rendiert, die Map mehrfach zu spielen. Ob es einen Bonus-XP für Secrets gibt oder für gewisse Checkpoints. Entschuldigung. Wir werden uns den Map-Aufbau anschauen, ob er abwechslungsreich ist, ob die Level abwechslungsreich sind oder ob sie sich wiederholen. Aber bei 50 Leveln dürfte das nicht der Fall sein. Und ja, ich warte einfach nur, dass es startet und nicht in die Lobby komme. Schau an. So, hier XP enabled. Die sind also angeschalten. Spiele mit Freunden. Nee, ich spiele lieber alleine. Hope you're a 50 unique level helping Bunny reach the GG sign. Okay. Entschuldigung, Entschuldigung. So, die Lobby sieht auf jeden Fall schon mal nice aus. Links an der Seite sehen wir XP-Belohnung. Okay. Collect 5 Secret Coins. Collect 3 mal Time. Play for 10 Minutes. Okay. Es gibt Secret Coins. Ich würde aber sagen, ohne lang zu schnacken, Spiel starten. Ich will die Map zocken. Söchen. Wie viel XP? 96. Und wieder 96. Sprinten kann man. Das ist nice. Wenn das bei 96 bleibt, ist das schon mal sehr gut. Wow. Run and Mantle. Okay. Hold down below. Oop. Was war das? Hä? Hä? Ah, hier ist ein Bogen. Oh, lol. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Okay, bewegliche Teile sind immer wieder geil Das ist jetzt nur ein bisschen zu schnell Das müsste langsam eingestellt sein Erste Secret Coin 1600 EP Okay, es lohnt sich Okay, ich muss sagen Die beweglichen Teile sind mir ein bisschen zu schnell eingestellt Oh, 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 oh Wir haben es geschafft So langsam die beweglichen Teile Chilimeli Puh, 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 puh Ähm Hahaha, geil Das ist geil Das ist mal geil gewesen Gerade Ich erschaffe es Nächster Secret Coin Okay, oh, scheiße 2300 EP Okay, ich muss sagen Die Map lohnt sich jetzt schon Oh, ich habe es geschafft Hallo Hehehe Die Map lohnt sich auf alle Fälle zu spielen Hä, muss man, warte mal Muss man das gerade Dann machen wir das halt so Dann machen wir das halt so Alter Rift Geil Also die Map macht sogar richtig fun Und dies Abwechslungsreich Da oben ist ein Coin Hab ihn Hab ihn Okay, das ist nice War mir irgendwie klar Ja Ich wollte schon immer mal vom Trecker überfahren werden Oh Da bin ich ein zweites Mal überfahren worden Jetzt ist aber mal genug hier Ja Hahaha Ähm Oh Au Au Wui, wir haben es geschafft wir haben es geschafft tatsächlich alter warum ich immer ans wehtes marsch springe springen hoch einfach nur weil ich angst habe dass da irgendwas das rote so fünf sekunden zeit habe ich bloß ich habe eine münze gehört die da oben war doch gerade eine münze was ist denn das hier lol da oben ist wirklich eine münze ich glaube das sollte nicht so sein aber wir haben die münze geholt naja söchen dann machen wir das so hier soll das so sein oh geschafft bait trap and mantle so das hammer jump and shoot gut oh ähm okay 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 das ist mies wenn du da drinnen gefangen bist dann ja ähm ich habe nichts im inventar gehabt was muss ich machen so wir müssen das machen es gibt sogar jetzt eben mehr xp tatsächlich nicht nicht wir haben den checkpoint oh nice 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 wieso wieso kriegt man die waffe erst zu spät ins inventar wieso kriegt man die waffe erst zu spät ins inventar guckt euch das mal an keine waffe erst mal danke für die 17k xp das ist nice keine waffe 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 das ist creepy und das auch ja aber das mit der waffe das ist seltsam aber wir haben es geschafft okay irgendwo wird es eine münze geben die hammer oh 13.000 für alle fünf also spielt die map das rendiert sich alle male hier wo bin ich jetzt dagegen gestoßen wow und wieder gibt es die erst zu spät mann 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 aber ja ich wollte schon sagen aber wir haben das level geschafft oder was waren das gerade ich habe den boogie bomb bekommen ok jetzt ja ich müsste jetzt noch dreimal spielen um das challenge board zu kompleten bis auf hier und da so kleine makel muss ich sagen die map ist geil die rentiert sich die lohnt sich die macht spaß ich kann sie nur weiterempfehlen cool wartet mal bevor ich weiter quatsche ich glaube die kennen das ist sonos ne die kenne ich nicht und dann geben also die sieht noch interessant aus ne weihnachtsmap naja die map macht spaß sie rendiert sich für die xp also man kann sie tatsächlich auch öfter spielen auch wenn man schon die bonus sachen gefarmt hat ich weiß nicht ob die jetzt in der nächsten runde nochmal auftauchen ähm ansonsten mapcode in der video beschreibung wenn euch das video gefallen hat lass gerne einen daumen nach oben da lasst kommentare da der daumen nach oben ist ganz wichtig für den youtube algorithmus schreibt mir in die kommentare eure mapcodes mapcodes von anderen creatoren die ich spielen soll die ich aufnehmen soll die ich auf youtube bringen soll und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen außer dass ich euch noch einen wunderschönen tag wünsche auf 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 Untertitelung des ZDF, 2020